Ich bin Laura Lars und ich darf Kassenzettel von Fremdmensch analysieren. Das liebe ich ja nur. Vegane Schnitzel, Milchmäuse, Mundspülung. Ein Typ, Noah, er liebt es auf Techno feiern zu gehen. Er feiert zum ersten Mal ohne seine Family Weihnachten. Dafür aber zusammen mit Emily und Rachel. Und mit Rachel ist er ja gerade in so einer aufregenden Situation. Er ist schon ein bisschen überfordert da in der WG. Auch Klo sauber machen und so. Das hätte er als Mama sonst immer gemacht. Ich glaube, eine Reality-Trade. Und das ist eine Sie. Die macht sich fertig, weil sie geht auf ein Date. So, jetzt merkt sie. Ah ja, ich habe ein bisschen Mundgeruch, Mundspülung. Ich finde, ich war nicht so weit davon entfernt. So fühlt sich nur Weihnachten an, ihr kleinen Date-Mäuse. Tschüss! Tschüss! Applaus Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020